Leonie russisch. Okay, Leute, ich habe mich schon lange nicht mehr selber gegoogelt. Und das mache ich jetzt mal zusammen. Und ich bin gespannt, also weiter. Na ja, immerhin sind die ersten Fotos, die da kommen, einigermaßen okay. Hat Leonie Kinder? Ja, ein Hundekind. So, was ist da noch so? Wer ist eigentlich Leonie? Ah, mein Merch, Leute, hier gibt es noch zu kaufen. Relativ entspannt, also ich habe keine Skandale. Leonie größer, Leonie älter. Ist Leonie russisch? Nein. Genau, Leute, es gibt keine Skandale, nichts, nur ein paar Fotos, ein paar Artikel. Und Leute fragen sich, ob ich russisch spende. Langweilig. Mein Hundekind.